hallo und einen schönen morgen aus deutschland besser gesagt aus hongkong wir sind nämlich im anflug auf kai tak und warum sage ich guten morgen tja in deutschland ist es momentan halb fünf morgens in kai tak also in hongkong ist es halb zehn auch morgens nur was bei denen schon ein bisschen heller ist und heute werde ich euch mal zeigen wie man auf kai tak so anfliegt wie wir sehen haben haben wir jetzt gerade eingedreht und wir fliegen nicht so normales ein als wie ihr seht das wäre das normale wir fliegen so warum das so ist wir wisst kai tak die eine wahn die ist im gebirge und habt ihr sicher schon die bilder gesehen wenn die flieger so lustig darum anfliegen das nennt man checkerboard hill approach das bedeutet man fliegt urewig auf einen berg an also der berg wird jetzt für koffer wertet auf dem fliegt man im al s an und kurz vorher wo man auf dem berg aufknallt dreht man dann rechts koffer auf die lande und das werden wir heute versuchen ich muss noch sagen ja ich bin schon oft in kai tak gelandet ich habe auch oft schon 50 jahren mitgehabt hier also ist ja bekannt dass wir oft schon da richtig derber gefahren so um die 30 knoten seitenwit hatte ich ja schon mal aber bei so nem dunst bin ich hier noch nie gelandet also ist richtig scheißwetter es pisst es ist diesig also geht gar nichts wie ihr seht ich sehe gerade einen ach guck mal da da ist der neue flieger flieg auf dem gang ist es ist die hülle flieger an oder wie er denn es kennung vh aber den fliegen wir nicht an das wär langweilig wir fliegen schön den alten an so börnöss mal gucken dass wir jetzt darauf kommen wir fliegen sie halt aus rs an habt ihr gesagt dass das igs das hat nur flieg auf den tag gehabt genau weiß ich nicht was es heißt das heißt ja Instrument Landing System Glide System, keine Ahnung auf jeden Fall wählen wir jetzt mit diesem IGS auf der 13 landen ich müsste eigentlich den Glide-Slog kriegen aber ich kann sogar unternehmen ich werde mit 136 sagen die Kiste da unten bleiben ist doch schön und der Glide-Slog kommt das ist auch schön ich stelle die Kiste gleich mal auf Anflugspeed und dann gucken wir mal ob wir schön landen können ich hoffe nur unten ist es nicht so diesig wie hier oben wenn wir unten nichts sehen haben wir echt die Arschkarte gezogen da unten sind zu einweiserlich die könnten wir eventuell mit Glück durch den Nebel sehen aber wenn wir die nicht sehen dann müssen wir echt das wird dann richtig geil bin ich gespannt ob ich es hinkriege also lasst euch überraschen so gehe ich also mal auf Anfluggeschwindigkeit hier weiß man nie was alles passieren kann wie gesagt auch wenn ich schon auf keinen Tag angeflogen bin das ist jedes mal eine neue Herausforderung bei dem Flughafen das ist immer wieder als wäre es das erste mal da und wie ihr seht sehen wir gar nichts also ich hatte schon wie gesagt derbeswerte aber so dass man die eigene Hand vor Augen nicht zieht noch nie also das ist jetzt richtig derb ach so ja noch zur Maschine ich bin von Sydney gekommen mit der Vunala Dreamy die ist übrigens auch damals zur Realität also in der Realität schon ein paar Mal in Kechtag gewesen und da das allgemein mein Lieblingspaint ist überhaupt also mein allgemeines Lieblingspaint gibt natürlich noch andere aber das ist halt mein richtig derbes Lieblingspaint bin ich mit der doch geflogen und wir warten darauf dass wir die Einweiserlichters sehen und wir sehen sie seht ihr da hinten diese Lichter das ist unser Anflugkurs und über den fliegen wir jetzt rein ich guck mir das mal von außen an heulige Scheiße ist ja richtig derb hier man sieht gar nichts eigentlich hat man jetzt hier die richtig schöne Stadtkulisse von Kechtag gesehen also vorausreich mit Kechtag dass hier noch der Flughafen von Hunko da sieht man ein bisschen die Hochhäuser aber halt da ist das Gebirge normal ist das hier richtig schöne Szenerie wo man ja alles schön sieht Übrigens Szenerie wenn ihr das WorldFlight Tampakett und wir werden jetzt versuchen die Kiste zu landen so ich sehe den Checkerbottel das ist da vorne jetzt tritt sicher die Frage auf wo ist der Checkerbottel kann ich euch erklären aus dem einfachen Grund weil auf dem Hügel so ein Schlachfeld aufgemalt ist damit die Piloten den Hügel erkennen deshalb Checkerbottel und daher auch der Name Checkerbottel Approach also der Approach ist nach dem Berg benannt und jetzt sehen wir hier diese Einmelserlicht aber die wir gleich die Kurve drehen jetzt sehen wir vielleicht etwas also ein bisschen erkennbare Stadt zu einigermaßen und jetzt sehen wir jetzt sehen wir jetzt sehen wir das Schachkott auf dem Berg und äh zu dunkel da sind gar nichts ich werde jetzt nur manuell übernehmen so versuchen wir es zu landen so versuchen wir es zu landen mal schon tief rein so so Lichtslope ja ach ne was er jetzt sagt jetzt sieht man ihn da hinten ist der Checkerbottel Lichtslope 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 jetzt versuchen wir es dann sehen wir die Runway Lichtslope 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 jetzt gehts ab jetzt trinken wir rein Lichtslope 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 oh ne das mache ich lieber von der Außen Lichtslope da habe ich die Angst dass ich die Landebahn verfehle Lichtslope 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 jetzt geht er jetzt geht er Lichtslope ist pack mal schön 100 oh ist ganz schöner Wind ho ja wird so wie sonst als aber es ist trotzdem guter Wind 40 30 ist ein bisschen früh naja egal aber wir sind ja einigermaßen schön aufgesetzt dafür dass hier schon richtig derbe Landung gehabt wenn ich mich als erinnere an die dass die halbe Fahrwerk ist der Flügel fast aufgesetzt wie auf der Bahn sind wir eigentlich recht gut aufgekommen gefällt mir gefällt mir so jetzt kann man hinten noch ein bisschen die Stadt sehen ja hier unten sieht man sie ganz gut ist eine meiner Lieblingsszenerien hier und ich merke ich muss die Maschine gleich mal ein bisschen fahren bremsen sonst fliegen wir weiß was ich wohin ich habe keine bock baden zu gehen jetzt und wir haben erfolgreich die Landung absolviert jetzt wisst ihr wie man auf den Checkerboard Hill anfliegt besser gesagt auf keinen Tag über den Checkerboard Hill Approach und ich würde sagen bis zum nächsten Mal wenn es heißt lasst uns fliegen Ciao